Ich darf Sie ganz herzlich einladen zum nächsten Literaturwiller am 1. September wieder um 19 Uhr mit David Emling, einem jungen Autor aus Germersheim, der allerdings hier in Neustadt schon hier und da gelesen hat und nicht unbekannt ist, weil er sich der Gruppe Textur eingeschlossen hat. Ihn begleiten wird voraussichtlich der Literist Klaus Bössner-Ferrari. Und ja, er liest aus seinem Romandebüt Daniels Hang. Wir werden schauen, wie die Temperaturen sind für uns wieder hier unten zu treffen oder wieder oben in der größeren Saal. Also am 1. September mit David Emling.